Dies ist mein neues Benio, Salome. Die wildhübsche orientalische Dame hat es absolut in sich und ist keinesfalls so lieblich, wie man dem Namen an sich nachsagt. Ich spiele mal ein Blubra-Stück, um zu zeigen, was dieses Short-Scale-Instrument drauf hat. Ich spiele mal ein Blubra-Stück, um zu zeigen, was dieses Short-Scale-Instrument drauf hat. Ich spiele mal ein Blubra-Stück.